Jungs, hier ist irgendwo ein Bürostuhl, der hier rumfährt. Oh, hab ich mich erschrocken. HALT DER MA DIE SCHNAUZE! Müssen wir jetzt suchen? Ja, wir müssen suchen. Krieg ich Munition dazu? Ich auch. Loll. Krieg ich Munition dazu? Hier läuft die Palette rum. Wenn man wüsste... Hier läuft doch ein Kasten rum. Ich kann die nicht abschießen. Wenn man wüsste, als was man sich alles verstecken kann. Dann wüsste man, worauf man achten muss. Der Pfeif ist eher noch. Jaja, hier hat einer gepfiffen. Den hab ich. Ja, der hat bei mir gepfiffen, wo ich vorbeigelaufen bin. Ey, Moment mal an. Oh, als Busch können sie auch. Ey, die können sie sogar als diese kleinen Banksteine. Das Ding ist, man muss die Map kennen. Hier gibt's Profis, ich find den nicht hier. Ey, Jod, ich hab Profis. Ah, guck mal oben rechts, Pfeifen in 6 Sekunden. Ach so. Bei mir ist keiner, bei mir war kein Pfeifen. Ja gut, bei mir war auch keins. Palette von uns geholt. Hier ist ein Pfeifen, Pfeifen, Kevin. Die Tonne hier. Oh mein Gott. Die ist alles anders. Weiße, sei mal leise, sei leise. Wartet. Leise. Bei mir war nischt. Bei mir. Scheiße. Hier oben bei uns im Spawn. Zehn Sekunden noch. Warte, warte, warte. Ey, das Pfeifen war doch hier, ich weiß nicht. Scheiße. 4, 4, 4, 3. 3. Ich bin geblendet. Jetzt, guck mal, ich hab das Pfeifen voll laut gehört, aber... So, jetzt ist rumwechseln, jetzt erfahren wir mal die... Entschuldigung, da war in der Garage ganz oben safe. Ja, denke ich mir auch mal. Jetzt erfahren wir die Symbole. Äh, die Objekte. Ach, Mann, Herr. Rücksicht wechseln. Ich bin in den Stuhl. Wie wechselst du? Ach da. Dreieck. Dreieck, Neigung anpassen. Okay. Hä, ich kann nicht weiter wechseln. Ich auch nicht. Was ist das jetzt? Wieso kann ich nicht weiter wechseln? Ich bleib einfach... Du hast nur nichts. Toll, ich bin ein riesiger Sandsack. Ich wär's ein Kasse. Toll, Alter, das ist so sinnlos. So ne Sandmann, der läuft hier rum. Das bin ich. Ich hab verloren, ich kann nicht weiter... Heaven, stell dich irgendwo hin, stell dich irgendwo hin. Ist egal wo... Ey, dieses... Ja, ich bin tot. Es gibt nicht so ein Ding auf der Map. So behindert, Alter. Wieso kann ich nur zweimal wechseln? Die laufen die ganze Zeit am Kopf vorbei. Die laufen die ganze Zeit hier vorbei. Ja, läuft. Geil. Der eine steht vor mir. Laterne ist krass, ey. Guck mal, die... Ja, darauf wird ich niemals kommen. Ach, weil die das Pfeifen hören. Ja, ja. Pass auf. Oh, oh. L2, L2, du kannst die Stunnen und wegrennen. Halbzeit, jetzt wir, oder? Irgendwo muss ja einer sind bei mir. Wo bist denn du? Bei denen am Spawn... Ey, wer Pfeift denn hier? Der ist... Der ist safe hier oben auf diesem Spot. Okay. Pfeifen, Pfeifen, Pfeifen. Sag mal, das regt mich auf. Ich bin schon wieder in der Laterne. Ich bleib auf die... Oh ja, das behält ich ja. Ich bin ein Auto. Ey, ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht mehr wechseln. Die sehen doch den letzten gar nicht. Ich stelle mich einfach wieder auf die gleiche Position. So, man kann auch springen, ja? Super, ich bin ein Auto. Wer ist ein Auto? Du kannst doch wechseln, du kannst wechseln. Stell dich mal so über ein anderes Auto. Nein, kann ich nicht mehr. Stell dich hier... Stell dich doch nicht da rein. Stell dich hier irgendwo mitten auf der Fläche. So, mal gucken. Bleib ich hier? Die laufen, ja? Dann... ...beweg ich mich nicht mehr. Jetzt... Oh, ey! Mann! Das Gute ist, ich bin... Ey! Kevin! Ohne... Alter, was hast du für ein krasses... Ah! Fuck! Ich denke nie ans Blenden. Der hat... Nein! Schieß nicht auf mich! Oh fuck! Oh fuck! Der hat mich pfeifen hören! Ah, der Eimer oder den... Oh mein Gott. Aber das Ding ist... Ich steh in der Pfanne, Alter! Guck mal hin! Das Ding ist... Einer hat schon gegen mich geschossen, hat mich aber nicht gesehen. Ich spiel... Ich steh in dem Wok da. Guck mal im Stream. Was bist du? Bist du da? Oh... Oh fuck! Dreh dich nicht um! Dreh dich nicht um! Ich hab's da. Kevin, bist du das... Bist du das Fass? Vielleicht haben die Kugeln nicht direkt kapiert. Ich bin dieses... Ja, dieses weiße Ding. Der ist auch wieder gut. Der ist wieder dieser... Dieser Korb. Oh nein! Nein! Scheiße! Der steht dir da vor mir, wo ich pfeifen musste. Oh, jetzt sind zwei bei mir. Äh, zwei hin! Denk dran! Nein! Scheiße! Hey, will der mich verraschen? Ja! Können wir mich hier hin? Hey, ich bin blind! Hilfe! Ich bin blind! Da... Den Kasten, der läuft hier! Der entfernt sich von mir! Wo? Hier, zu mir! Der läuft hier weg! Wie still ist der? Oh mein Gott! Ich fang ab! Das ist dein Arzt, Alter! Der geht in den Fleisch rein! Ins Haus rein! Hey, wo ist der hin? Ah! Wo ist der hin? Wo ist der? Hilfe! Wo ist der hin? Livestream? Was? Ist der wieder hoch, oder was? Oh mein Gott! Nein! Jungs, Jungs, die Shisha... Hier, hier hinten! Bei uns! Jungs, die Shisha ist auf der Straße! Hä? Die Shisha! Eine Shisha geht hoch! Ja, hier ist eine Shisha auf der Straße! Heaven, oben bei dem Bus fährt die Shisha um! Die Shisha fährt hin und her! Ich seh ja ja nichts! War hier hinten bei uns im Spawnhaus schon einer? Fuck, Alter! Das kann nicht sein! Ich bin Feuerrat! Ich bin der Shisha! Oh! Ein Müllbeutel! Ich bin ein Müllbeutel! Ich bin eine fette Mülltonne, Gigi! Du bist ja total behindert! Ich bin eine fette Mülltonne hier! So, hier bleib ich! Das sieht gut aus! Oh, fuck! Aua ab hier, Mann! Wer ist denn die scheisse Shisha, Alter? Ja, ich! Ich dachte, dass du, ähm... Dass du ein normaler Müllsack bist! Da kommt Arna! Oh, fuck! Der... Nein! Arna hat mich! Bleib! Nein! Nee! landsum nicht! Du bist so doof! Du bist so doof, Julian! Ich hab das ja Opa die Lichtreihe entgedrückt und war da was größere! Lauf! Lauf! Der muss vor dem... Oh mein Gott! もう es... Me oh mein Gott! So wie er das vorhin gesagt hat hat FAVAK... Nein, mich hat auch einer gefunden!" Aquí in Kani fuhl designiert! So wie er das gesagt hat, konnte sich einer vorhin richtig schnell bewegen, ich konnte nur schleifen! Der Lino! Das kann doch nicht sein, wo soll denn das Pfeifen sein? Oh hier irgendwo, hier irgendwo, hier, ey, da Tisch, 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 Straße! Da hilft er! Oh mein Gott! Ich hab... Ja. Oh mein Gott. Ich bin, ich bin ins Sofa. Ist der Tisch? Alter, wer ist der Stuhl? Mal gucken, vielleicht, vielleicht gucken sie hier einfach nicht. Die Melonen auf den Balkon. Nein, da kommt einer. Ja du kannst doch gucken, du kannst doch... Ich bin, ich lebe noch. Kevin, hau ab! Ich hau über! Spring dabei und dreh dich, spring dabei und dreh dich, glaub in die andere Richtung wieder. Nein! Ich bin tot. Der Tisch war jetzt nicht so ganz normal. Scheiße, Mann. Wo sind's denn hin? Müllsack, wo fahr ich mit dem Müllsack hin? Wo ist denn Müll? Warte. Hey, hey! Oh! Pfff! Haha, Kevin! Alles klar. Ha, piss dich hier! Das ist mein Versteck! Ich bin der Müllsack neben dir! Seid ihr... Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ne, ich bewege mich jetzt ganz wüschtend nicht! Alter, ich muss, ich muss nächste Runde was Kleines werden! Die kannst du von Weitem abschießen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ein Wiegel! Alter! Alter! Baumbart, Junge! Hahaha! Ich bin geblendet worden hier! Ja hier, Straße, 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 Müllsack! Da! Da! Da, Dominik! Ey, irgendwas passiert was? Der springt! Ja, hab ihn. Wo ist die Baumarmi? Hau doch ab mit dem Baum, was soll denn das? Die Baumarmi! Wie? Hahaha! Da! Guckt euch das an, Livestream! Oh mein Gott! Also hier dürfen sie mich nicht, guckt das im Stream an! Oh mein Gott! Oh, Kevin, du bist der... Ohhhh! Ey, ne, ich mach keinen Baum, das ist scheiße! Ey, Julian, guck mal! Ey, wie viele Pfeifen hier bei uns? Bei mir ist... Hau noch irgendwo einer! Alter! Wie lächerlich! Nein, du Hurensohn! Mann! Ehhh! Ehhh! Der ist hier... Da rein, zurück, da rein, zurück! Da kommt der! Hab ihn! Okay! Ich bin das Auto! Ich bin ein Auto! Leck mich! Wo sind die Generatoren? Oh nein, jetzt hab ich geblendet, scheiße! Oh, das sieht gut aus! Bin ich mal gespannt! Oh, jetzt kommt einer! Oh mein Gott! Boah! Der hat mich genau angeguckt, der Kerl, ey! Er hat mich! Oh mein Gott! Generator on Tour! Generator on Tour! Generator on Tour! Er hat nämlich... Generator on Tour! Oh sie! Hallo! Scheiße! Der eine Stater... Oh mein Gott! Ja, das haben wir die Runde! Ja, das haben wir die Runde! Putin! Lauf weg! Du Assi! Ja! Oh mein Gott! Er rennt weg! Oh mein Gott! Appimus, du bist gewagt in die eine! So! Bleib so! Pfff! Soll ich... Okay, ich laufe der Verräte gerade von mir weg! Kevin, renn zu mir! Ich blitze! Renn zu mir und ich blitze! Oh sie! Oh sie! Oh mein Gott! Ich abhauen mit! Ah! Kevin, soll ich blitzen? Du bist doch überhaupt nicht in seiner Nähe! Nein! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Drei Leute bei uns! Oh shit! Ich muss abhauen! Wieso nicht verpissen? Ah! Hast du geblendet? Bestehen geblieben? Ja! Aber Crope, dich können sie äh... Ossi, dich können sie nicht finden! Warum weißt du das so direkt? Jungs, hier ist irgendwo ein Bürostuhl, der hier rumfährt! Ah! Ah! Oh hab ich mich erschrocken! Komm her! Komm her! Komm her, du Stück Scheiße! Wo ist denn? Ah! Mann! Wo ist denn? Der ist hier! Hier! Ah! Die überlebende Diegelschoß! Hallo, seid mal leise gekommen! Wo ist der hin? Kann mal bitte einer zu mir kommen? Hier ist die Fresse! In der Mitte, bei B! Hinter dir Kevin, hier! Da! Da! Da war ein Schild! Kommt mal zu mir, hier ist ein Schild! Oh Jungs, hört mir doch mal zu! Mensch, bei mir ist ein Schild! Mensch, wir haben was verfolgt! Hier! Appelmus, ich wurde geblendet! Hier, hinter dir! Ich seh nichts, ich bin geblendet! Nein! Zwei Leute, zwei Leute! Warte, 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 warte! Draußen, Straße! Auf dem Markt! Leu, es waren zwei Sachen bei mir! Die sind beide abgehauen! Hier, hier, hier! Hier ist der Stuhl! Wo ist der Stuhl hin? Hier ist er! Hier! Ey, wir müssen den Stuhl kriegen! Ey, das ist euer Ernst! Das ist euer Ernst! Ey, was ist denn? Wie viel ihr erschluckt? Oh mein Gott! Der war so rot! Der war so rot! Oh mein Gott! Ab zum Markt, Alter! Bist du der Rote hier vor mir? Ich bin die Kiste! Ich bin ne Apfelkiste! Ich bin ne Kistner Kiste! Oh mein Gott! Ey, hier sind einfach so viele von uns! Oh mein Gott, Kevin! Oh mein Gott, zwei Minuten noch! Kevin, welche Kiste bist du? Wie viele Kisten sind da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie knapp die Schüsse waren! Der hat die Melone direkt neben dir zerbrollert! Bist du die Kiste, die auf der Höhe von der Melone ist? Ich bin neben der gelben, neben den gelben Plasterding! Ah ok, ja gut, dann hab ich dich jetzt gefunden! Alter, das ist ja richtig asozial dieses Ding! Scheiße, ich hab nur eine Änderung über! Nein, hör ab! Wenn du jetzt änderst, ne? Und du bist ne Couch und guckst da eben jetzt raus! Ich hab nur eine Änderung über! Ja, bleib so! Die sollen abhauen! Jetzt sind es ja drei Leute! Alter, hab ich die einfach an auf! Oh mein Gott! Ich wurde nicht getroffen! Ich wollte dich hitten! Wenn die dich hitten, lauf weg! Du hast einfach nicht! Mit so einer Kiste dich zu finden, ist schwer! Ja, wir haben es! Dominik finden sehen, ich guck Dominik an! Scheiße! Ach, der lebt auch noch? Wie die nach dem Pfeifen gucken! Nein, ich bin zu tot! Ja, wo gerade zu? Oh mein Gott! Alter, das ist so... Oh mein Gott! Der hat immer lang kreiert! Oha! Ja! Ey, Special, die sind nicht schlecht! Weißt du, wie schwer das ist? Das ist übelst wahr! Oh! Oh mein Gott! Ja! Komm, lauf weiter, du Pisser! Der hat neben dich das Ding, eh! Der hat neben dir... Ja, ja! Scheiße! 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 Ah! Ja, der guckt doch schon... Ist der dumm! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Der schießt auf die Lampen! Spielt er das zum ersten Mal, oder was? Als ob ich mich als Lampe tarnen könnte! Ey, Pass! Check dich nicht bei mir! Wer auch immer der zweite Stuhl ist! Hilfe! Hilfe! Nein! Wer ist denn das Stoppschild? Ich! Hinter dir ist... Hinter dir sind's wer! Denk dran, ich will ab und an ein bisschen L1 drücken! Damit drehst du dich... ...drehst dich das Stopps automatisch! Ne? Hey! Wer auch immer der Stuhl ist, der soll sich von mir verpissen! Nein! 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 Der Willmesser und der Assi! Oh mein Gott! Das ist so bitter! Nein! Fuck! Oh, da war ein Fass! Lenkst ab! Nein! Wieso kann ich nicht ins Fenster rein? Oh nein, da ist auch einer! Hilfe! Man kann nicht richtig sprinten, Alter! So kann man mal zweimal blenden und mal nur einmal! Fuck, Mann! Ich war so'n Scheiß! Fuck, Mann! Ich war so'ne kleine Dose und ich hatte ihn noch gesehen! Ich hab auch als ich das hinten gedrückte Wort an so'n Stein-Dinge so'n großes! Krispy nicht, Junge! Nur zweimal... Ah, jetzt kann ich wieder blitzen! Läuft! Der hat mich nicht gesehen! Oh mein Gott! Ey, ich hab überlebt's! Oh mein Gott, it's nice! Bis zum nächsten Mal.